naja aber äh, hier, ja das deckt auch halbwegs, na gut hier unten nicht, aber hier unten ist auch nicht so viel und das Feuer kann sich auch nicht so sehr verbreiten, weil es nicht so eng anliegt als verbaut ist also höchstens das hier könnte in Brand gesteckt werden und das hier aber weiter dürfte es auch nicht gehen eigentlich rein von der Logik her, rein von der Logik und wir haben kein Mosaik mehr warum? 27 nee, halt hier hm, die arbeiten doch so 100%, oder? ach so, das reicht nur für einen? Kann ich mir doch gar nicht vorstellen reicht das echt nur für einen? Ihnen wurde ein neuer Erfolg zu teilen habe ich jetzt mein ganzes Geld ausgegeben? Tatsache sie haben in dieser Partie 100.000 Goldmünzen für die Erneuerung ihrer Rohstoffvorkommen ausgegeben heilige Scheiße, habe ich gerade 400.000 Goldmünzen ausgegeben oder was? das versteht mir gerade so ein bisschen die Sprache das hatte ich auch noch nicht erlebt 400.000 Goldmünzen die habe ich mit einem Schlag nackig gemacht gibt's denn nicht hoch erhöhte Produktivität, wie komme ich jetzt dazu? ach so erhöht die Produktivität des Betriebes, sei jetzt Miner ach so, wusste ich ja nicht, dass ich ja habe ja, ist doch schön bevor jetzt irgendwas passiert, möchte ich etwas gucken ok, nee mh, alles klar damit ist alles klar so, dann besiedeln wir doch einfach mal ganz kackfrech diese Insel hier und fahren wieder zurück einfach weil wir ganz kackfrech sind und bauen nochmal hier gleich Holzfäller hin weil ich weiß ganz genau wir brauchen Holzfäller und das nicht zu knapp hier ist alles top, das finde ich echt super so, also Holz müssen wir nicht mehr hierher bringen das ist wirklich wunderschön holen wir dich mal hat der einen größeren Radius? nee, der hat genau denselben hätte ja sein können, hätte ja sein können aber gut, dann bauen wir mal hier Weingut Ihr Speicher ist aufgebraucht da würde ich doch gerne bei Gelegenheit mal was gucken kann man die auch umändern? nein, schade ok, hätte ja sein können, dass das geht ich hätte fast gedacht, dass die ah, wie heißen die die aus Anno 1602, die die auch Alkohol herstellen also, ja, Alkohol herstellen die haben doch auch irgendwie ah, ich weiß auf jeden Fall nicht den Namen erstmal, wunderbar ok, können wir uns nicht mehr leisten einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her einer ihrer Betriebe stellt keine Waren mehr her und ja, die haben halt auch so ein ähnliches Design wie ich finde, also muss nicht stimmen aber ich finde, es sieht fast so aus warum haben wir so wenig Glas? Verkaufen wir so viel Glas oder täusche ich mich? brauchen wir hier überhaupt Glas? nö, eigentlich überhaupt nicht interessant, ich dachte man würde sowas verbrauchen können wir so einen noch bauen? ne, das funktioniert nicht kann man das hier ändern? ne, schade ok, am Weingut kann man also nichts machen alles klar, dann haben wir das der Leuchtturm oh, der geht langsam der neigt sich langsam in Richtung Ende interessant 10, 20, 25 haben wir immer noch keinen Hanf oder doch, Hanf hat sich mittlerweile gebessert dann schalten wir dich doch mal gleich wieder frei und alles läuft wie es laufen soll dieses Lied war doch sogar original Anno 14.04 genau hier drumrum würde ich eigentlich gerne so ein bisschen frei lassen für einen großen Platz ein ganz und gar ehrenhaftes Geschäft ja, würde ich persönlich so ab hier so eine Grenze das kann man einfach mal machen so eine Sandgrenze ja, das sind für mich Sandstraßen und deswegen eine Produktion kommt zu erliegen also so ein riesen Platz das hätte doch auch was größer als jetzt der hier komm wir wollen es richtig machen wir wollen es richtig hier machen wir mal normale Häuser warum ich das möchte weiß ich nicht ich möchte es einfach so und dann bauen wir mal hier eine wunderhübsche Straße so perfekt würde ich mal sagen passt wie angegossen passt wie aus der Gosse unwitzig ja ok wollte ich zwar so nicht bauen aber das lassen wir einfach mal so ja so du sollst auch nicht zu kurz kommen so und so und so ja und dann sollten wir eigentlich an dem Fels allen an glauben weil diese na einfach nur nicht fertig ist das heißt wir brauchen noch mal eine kleine Kapelle die wir hier nicht brauchen können ach weißt du was leckt mich doch leckt mich doch so machen wir es einfach so nein ich werde auch so lange spielen bis dieser gottverdammte Leuchtturm fertig ist vorher kriegt ihr mich hier nicht weg du wirst es verschmerzen grün muss es immer bleiben aber die Stadt hat schon Größe angenommen nur also das ist ja nicht so als wenn das hier keine Größe hätte so ja die können alle aufsteigen dann sperren wir das doch mal hier kurz und ja da geht sie nicht weiter ja langsam nimmt dieses Bauwerk Formen an ja aber immer noch kein kein Mosaik 26 Tonnen war so schön produziert reicht es echt nicht für zwei ist ja schlimm hier na komm dann reißen wir dich auch nochmal ab so ja das war dann wohl ein Reihenfall reicht es wohl nur für eins aber dann würde ich doch nochmal wo ist denn unser schönes Schiff unsere Möwe wie es gerne genannt wird ah hier ach ja stimmt ja bauen wir doch einfach mal weil wir es können genau ha so und jetzt können wir hier alles wieder schön auslachen so was soll ich jetzt machen genau ich wollte ein bisschen Mosaik hier von hier mitnehmen hier von hier interessant ah das passt nicht scheiße es mangelt dann wohl also Perlen haben wir genug aber Gold einfach nicht und wir haben nur eins scheiße ja ne dann brauchen wir von irgendwoher noch eins hier haben wir noch was das können wir später machen ich möchte endlich das ja Leuchtturm ja wenn denn Mosaik da wäre ne dann wäre alles viel schöner dann wäre doch alles perfekt es kotzt mich an dass ich hier nicht wirklich viel machen kann gerade schon mal ein bisschen glücklicher haben denn alle hier reingepasst okay ich frage mich zwar bis heute wie 500 Mann in so ein kleines Häusli reinpassen können dann können ja hier auch 200 Leute reinpassen also das ist so ist das ja nicht ne aber was das für ein Unterschied ist so was das für ein Unterschied wäre wenn 75 mal 46 wäre anstatt 75 mal 40 Ihre Bevölkerung benötigt ein Medikus wenn es weiter nichts ist womit ich behilflich sein kann ein medizinischer Medikus reißen wir dich mal kurz ab und setzen dort ein Medikus hin ja somit sind alle drin na gut bis auf er hier aber meine Güte scheiß doch drauf ah wir haben wieder Mosaik welch ein Glück immerhin ein bisschen wenigstens und wir haben aber ordentlich Geld wieder na gut 71.000 naja es geht eigentlich also oh das war ja das war echt das habe ich mir echt mein Herz fast rausgerissen ja ja es hat weh getan das hat echt weh getan und da gibt es nochmal Mosaik also ja es durfte nicht mangeln es durfte nicht am Mosaik mangeln das ist unser Schiff ja Tatsache wo ist dann ach hier tja so und jetzt haben wir hier 40 Tonnen Mosaik seht nur der Bau macht Fortschritte das wird sogar ausreichen geil naja dann haben wir ja keine Probleme mehr damit dann müsste der Leuchtturm ja bald fertig sein so ah da können ruhig noch mehr aufsteigen naja somit haben wir erstmal ordentlich Patrizia es wäre ratsam zu zahlen an die hier fürstlicher Platz warum fürstlicher Platz ich verstehe es nicht jetzt kannst du erzählen Hassan Ben-Sahid hat dir ein Loch in die Geldbörse gebrannt ja mehr kann ich dazu nicht sagen ihr Speicher ist aufgebraucht eine Meinung dazu ja so dann können wir doch einen wunderschönen Fass Küpfer ne wie heißt du Fass Küpfer doch du heißt so warum heißt du so naja alles hat seine Gründe so und dann können wir noch einen bauen warum gucke ich hier du bist doch hier genau und den können wir auch schon wieder nicht bauen ja na das ist doch mal Bombe ähm nein ich will nicht so ein Armenteil bauen mittleres Handelsschiff komm das können wir uns noch erlauben mit Allahs Segen ist dieser Bauabschnitt bald abgeschlossen naja nicht mehr lange Freunde nicht mehr lange und wir haben einen wunderschönen herrlichen Leuchtturm ohne Leitern ein gutes Geschäft aber man sieht eigentlich dass er nur ein bisschen größer gemacht wurde denn er ist derbe verschwommen und verpixelt im Gegensatz zu denen und ja die Fenster sind ganz schön groß und ähm ja diese Geländer also ich meine ja also dieses Geländer die Menschen sind nur so klein die können da durch die Lücken durchlaufen wenn sie wollen ach verdammt die Statue die steht falsch die sollte um 90 Grad gedreht werden verdammt so ein wichtiges Detail wir haben echt noch zwei Bauern heftig nein ausgerechnet dort warum was machst du denn dort machen wir denn noch einen zweiten Bauern achso gleich direkt daneben der Kaiser der Kaiserdom ruht und die laufen hier alle schön rum naja ist doch auch mal was wir müssen tiefere Brunnen graben boah wie schnell geht denn das oder habe ich den nicht aufgebessert ach egal Schiff fertiggestellt 48000 naja damit haben wir ein wunderschönes Schiff auf ihrer Insel ist ein Sandsturm aufgezählt Uleini Uleini heißt er so ach hei sind jetzt alle depressiv Tatsache ja was kann ich dafür dass da ein Windsturm ist betet doch so Allah dass der das wieder richten soll er kann es doch so gut naja so holen wir wieder ein bisschen Mosaik hoch komm holen wir alles hoch wenn wir schon können dann können wir es aber richtig wie viel Mosaik holt der jetzt eigentlich immer achso das sieht man jetzt hier nicht ok im Prinzip war es jetzt nicht wirklich schlimm dass ich den nur abgerissen habe weil die Polizine trotzdem ja fast 26 Tonnen ihr seid ganz nach meinem Geschmack naja es funktioniert ja irgendwie so 5 Tonnen Mosaik haben sie uns noch gegeben mit Allahs Segen ist dieser Bauabschnitt bald abgeschlossen noch 6 Tonnen Mosaik müssen verbaut werden und dann steht dieser Leuchtturm wie eine 1 plus mit Sternchen und was weiß ich nicht alle ja hier wird hier steht eigentlich alles still wenn man mal so guckt na gut hier oben läuft alles hier so es kotzt mich an dass das hier nicht funktioniert na ist echt schade echt schade Werkzeug bessere Frage ist warum sollten wir es nicht verkaufen naja ach herje